Jetzt erstmal herzlich willkommen hier im Tonstudio und jetzt habe ich heute mit dir vor auch einen Text zu schreiben und dir das mal so ein bisschen zu zeigen. Ja, kann man gerne machen. Der Text soll jetzt am besten hier über die Pia gehen. Ja, super, probieren wir es. Der Zusammenhalt der Familie ist im Süden durchaus mehrfach gegeben. Familie ist kein Thema zum Reden, nein bloß zum Erleben. Die Zweisamkeit, das Wichtigste, braucht man nicht drüber reden. Ich wünsche meiner Tochter alles Glück der Welt, denn für mich bist du absolut meine Welt. Schön gesagt. Ich glaube, die wird wegschmelzen. Ja.